So, hallo und herzlich willkommen zum neuen kurzen Video. Und zwar habe ich das im Internet gesehen bei TheFriendlyGuy und habe gedacht, hey, das ist echt ein cooler Tipp, den wusste ich noch gar nicht und den will ich jetzt mit euch teilen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es schon wusstet oder noch nicht wusstet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Auf jeden Fall geht es darum, quasi mit einer Taste die Bandage und das S-March, das heißt für Light Bleeding und Heavy Bleeding, zu aktivieren. Das heißt, ihr müsst nicht zwei Tasten drücken, wenn ihr nicht genau im Eifer des Gefechts wisst, ob ihr Light Bleeding oder Heavy Bleeding habt und könnt es quasi auf eine Taste beinden. Und das geht einfach so quasi. Ihr geht auf Steuerung, geht dann auf euer Punkt, den ihr quasi für die Bandage zum Beispiel nehmt. Ich habe jetzt auf vier, habe ich im Regelfall immer die Painkiller, deswegen nehme ich fünf für die Bandage und dann müsst ihr quasi hinten Drücken auswählen. Das heißt, wenn ihr drückt, wird die Bandage aktiviert und dann geht ihr auf irgendeinen beliebigen anderen Slot. Ich habe jetzt hier die neuen genommen, weil ich den im Endeffekt relativ selten bedient habe. Und da geht ihr dann auf die Taste, auch quasi die gleiche, die vier oder fünf, was ihr dann belegt habt. Bei mir ist es die fünf und geht hinten auf Loslassen. Das heißt jetzt, bei einmal Drücken wird die Bandage ausgewählt und wenn ich es loslasse, wird der zweite Slot aktiviert. Dann geht ihr auf Speichern und dann müsst ihr quasi hier, ich mache mal kurz das weg, dass das genau einfach ungebeinigt ist. Und jetzt geht ihr mit der Maus, hovert ihr über die Bandage, drückt eure Taste, haltet die gedrückt, geht mit der Maus rüber auf das S-March und lasst die Taste los. Dann habt ihr quasi hier die neun, die ist aber doppelbelegt mit fünf Loslassen und fünf Drücken. Das heißt, wir sehen es gleich im Idealfall nochmal in Action. Das heißt, wenn ihr Live Bleeding habt oder Ding, drückt ihr die Taste, lasst los, dann wird beides getriggert. Das heißt, er sucht automatisch das aus, was er eben braucht. Genau, wenn ihr beides brauchen solltet nacheinander, müsst ihr halt natürlich einfach zweimal drücken. Aber das fand ich einen relativ guten Trick, den kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht und ich spiele auch schon eine Weile Tarkov und bringe vielleicht den einen oder anderen in den frischen Vibe weiter. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, mich würde es echt interessieren, wie lange ihr schon spielt oder ob ihr den Trick kanntet oder ob der schon alt ist, wie auch immer. Und gebt natürlich gerne einen Daumen hoch und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten, viel Spaß und Erfolg im neuen Vibe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.